Es ist eine lange Liste, die die EU-Staats- und Regierungschefs bis morgen auf ihrem Sondergipfel in Brüssel abarbeiten müssen. Die Lage in Belarus, die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny, das Handelsabkommen mit Großbritannien. Eine der drängendsten Fragen jedoch, wie umgehen mit der Türkei? Hintergrund ist der Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer. Die Türkei erforscht dort Erdgasfelder in Gebieten, auf die die Nachbarstaaten Griechenland und Zypern ebenfalls Anspruch erheben. Seit gut zwei Wochen liegt das Forschungsschiff Oruç Reis in der Bucht der türkischen Küstenstadt Antalya. Das war Griechenlands Voraussetzung, um mit der türkischen Regierung erneut Verhandlungen über Seerechte im östlichen Mittelmeer aufzunehmen. Zuvor suchte dort die Oruç Reis mit türkischer Marinebegleitung nach Gas und das vor allem in Gebieten, die Griechenland beansprucht. Fast wäre es zum militärischen Konflikt gekommen. Die meisten Türken glauben, ihr Land habe ein Recht auf Erdgasvorkommen in umstrittenen Gewässern. Wir sollten uns nicht zurückziehen. Wir müssen bekommen, was uns gehört. Das umstrittene Gebiet liegt östlich der griechischen Insel Kreta. Hier werden Gasfelder im Meeresboden einer Region vermutet, auf die auch die Türkei Anspruch erhebt. Der türkische Außenminister Cavusoglu bemüht sich seit Wochen um Verständnis für türkische Interessen. Ich habe im Europäischen Parlament gefragt, gibt es auf der Welt ein Land, das solche Maximalforderungen akzeptieren kann? Beobachter befürchten, Staatspräsident Erdogan könnte nach dem Gipfel in Brüssel die Oruç Reis erneut in umstrittenes Gewässer schicken. Auch, weil viele türkische Oppositionsanhänger Ankaras Forderungen unterstützen. Außerdem bleibt der Streit mit Zypern. Nahe der Insel suchen zwei türkische Forschungsschiffe nach Gas. Das EU-Mitglied Zypern fordert deshalb Sanktionen gegen die Türkei. Oliver Mayer-Rüth in Istanbul. Können Sie noch mal beschreiben, welche Bedeutung der aktuelle EU-Gipfel hat in Bezug auf den Gasstreit zwischen den EU-Staaten Griechenland und Zypern und der Türkei? Die Bedeutung ist kaum zu unterschätzen. Nicht nur für das Verhältnis Nicosia-Ankara oder Athen-Ankara, sondern für das Verhältnis der EU zur Türkei insgesamt. Es gab ja vor diesem Gipfel Drohungen, dass bei diesem Gipfel eben Sanktionen erlassen werden könnten gegen die Türkei aufgrund dieses Konflikts zwischen Griechenland und der Türkei um das Erdgas im östlichen Mittelbeer. Es gab den sanften diplomatischen Druck der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin hat immer wieder mit Erdogan gesprochen. Und es gab den ziemlich robusten Druck aus Paris. Paris hat ja Fregatten in das östliche Mittelmeer den Griechen zur Hilfe geschickt. Und jetzt ist es eben so, dass sich die beiden Seiten, also zumindest die Türkei und Griechenland, darauf geeinigt haben, wieder Gespräche zu führen über die Ansprüche, die sie beide haben im östlichen Mittelmeer. Ein Problem bleibt das Thema Zypern. Vor der zyprischen Küste liegen immer noch türkische Forschungsschiffe. Und deswegen will Zypern weiterhin Sanktionen gegen die Türkei heute durchsetzen und macht ja auch Sanktionen oder eine Zustimmung zu Sanktionen gegen Belarus. Abhängig davon, ob eben die EU auch bei Sanktionen gegen die Türkei dabei ist. Nun hat Erdogan mit seiner Politik die EU ja immer wieder in Zugzwang gebracht. Jetzt besteht die Sorge, dass er im aufgeflammten Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien intervenieren könnte. Was treibt Erdogan bei seiner Außenpolitik an? Also zum einen ist es so, dass er schon energiepolitische Interessen hat. Eben dieser Konflikt jetzt im östlichen Mittelmeer um das Gas. Dann auch seine Einmischung in Libyen. Dort gibt es ja auch Gas und Öl. Und dann eben jetzt auch diese Unterstützung Aserbaidschans, wo es eben auch Gas und Öl gibt. Da gibt es einfach energiepolitische Interessen. Die Türkei selber hat eben kein Öl und Gas und möchte aber Öl und Gas mitverkaufen. Es gibt ja zum Beispiel diese Leitung aus Russland, TurkStream und braucht aber auch selber. Es ist ja ein Schwellenland, die Türkei. Die Industrie ist hier eigentlich sehr lange gewachsen und da braucht man Energie und Gas. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist aber auch ein innenpolitischer Grund. Die Türkei fühlt sich gerne stark. Jetzt gerade bei diesen Konflikten ist es auch so, dass sehr viele, die eigentlich eher so oppositionell denken hier in der Türkei, in diesen Punkten Erdogan recht geben. Die sagen, es ist schon richtig, wenn das Forschungsschiff Oruç Reis dort im östlichen Mittelmeer auch forscht nach Erdgas und wir das auch ausbeuten, denn das gehört irgendwo auch uns. Auf der anderen Seite scheinen ja viele in der EU mit der Geduld gegenüber der Türkei am Ende. Welche Optionen hat die EU? Es gibt eben diese Option der Sanktionen. Das wurde jetzt immer wieder gedroht und steht wohl weiterhin auch im Raum. Es ist ja so, dass es da eine Einladung gab an die Regierungschefs der EU für heute Abend in Brüssel. In dieser Einladung, die aus Brüssel gekommen ist, steht auch noch mal drin, dass alle Optionen nach wie vor auf dem Tisch sind. Es gibt auch diese Möglichkeit, wie es Paris eben jetzt gemacht hat, da auch ein bisschen robuster vorzugehen. Eine Machtdemonstration mit Marine, mit Militär. Allerdings darf man bei diesen ganzen Sanktionen und Drohungen und so weiter nicht vergessen, in der Türkei sind viele, viele Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan, aus allen möglichen Ländern. Und es sind immerhin vier Millionen. Und da sagt ja die Bundeskanzlerin auch immer wieder, da leistet die Türkei Großes. Also es kann nicht nur ums Drohen gehen, sondern man muss an der einen oder anderen Stelle eben auch zusammenarbeiten. Heißt auf der anderen Seite aber auch, ist es vorstellbar, dass Erdogan die Flüchtlinge als Druckmittel einsetzt? Das hat er in der Vergangenheit schon gemacht und da sind sich eigentlich die ganzen Beobachter einig. Das könnte auch jederzeit wieder passieren. Es ist aber auch so, also wenn Sie sich jetzt überlegen, dass es da unter Umständen in Syrien noch mal zu einem schlimmeren Konflikt kommt. Da sitzen ja zum Beispiel in der Region Idlib drei Millionen Menschen direkt an der Grenze. Wenn die alle in die Türkei kommen, dann ist natürlich die Frage, was macht Erdogan mit den ganzen Flüchtlingen? Also das könnte natürlich noch mal ein Thema werden und da muss die EU mit ihm auch zusammenarbeiten. Wie groß sehen Sie die Chancen auf einen Kompromiss im Gasstreit? Ja, die Frage ist, wie wird Zypern heute Abend agieren? Die Bundesregierung hält ja nichts von Sanktionen, sondern man will eben, dass die verschiedenen Seiten an einem Tisch zusammenkommen. Das wird kompliziert heute Abend. Ich glaube, dass Griechenland und die Türkei jetzt schon erst mal sich zusammensetzen. Wenn es da dann Streitpunkte gibt, wird irgendwann die Frage im Raum stehen, ob man zu einem internationalen Gericht gehen muss. Aber mit Zypern, das wird kompliziert. Da bin ich auch gespannt, was da heute beim Abendessen. Denn dann ist die Türkei eben Thema bei den EU-Regierungschefs, was da dabei rauskommt. Oliver Mayer-Rüth, vielen Dank nach Istanbul. Vielen Dank.